Es ist ne Axt. Nein! Okay, dann geht das. Ja, nein, ich mach nur so ein paar Tiere raus und dann können die sich neu paaren. Sonst backen die hier nämlich ewig rum. Und wir haben die Tierfarm auch, um uns zu ernähren. What the fuck? Hast du noch ein bisschen Wald? Oh. Nein, wer schlägt denn die? Alter, jetzt hört doch mal auf, immer wieder die Angel hier reinzuwerfen. Philipp? Ne, das war ohne Witz. Warte, ich muss die kurz benutzen, die Angel, weil ein paar Tiere sind rausgeflogen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt auch, woron das liegt. Ohne Namen zu nennen. Da steckt... Alter, Philipp, jetzt hör doch auf, das Buggen noch schlimmer zu machen. Und sag mal wieder was, ich kann es nicht haben, wenn ich mit stummen Leuten rede. Toll. Koffel XD, Alpecin für die Haare. Also Leute, die eigentlich reden können, aber stumm sind. Ich hab nichts gegen Stumme. Jetzt kommen die ganzen Hater. Ich hab extra dazu gesagt. Ich muss die Kuh da rauskriegen. Wir finden hier das Lagerfeuer. Wunderhässlich. Wir haben ein paar Lagerfeuern. Ich weiß jetzt, ob das so sinnvoll ist. Weil jetzt burnt uns der Wald. Nein, mein Angel ist auch nicht. Oh, saugut. Also ich würde gucken, dass ich das wieder unter Kontrolle krieg. Möglichst bald. Da fuck. Was ist das fett? Was so schön geprickelt hat. Mein Bauch mal. Ja, das ist saugut. In meiner Textur vor allem, weil einfach das Feuer so ne lila Fläche ist. So ne rosa Fläche eher. Sieht verdammt cool aus. Nicht, sondern. Fend bitte vernünftig bleiben. Das machen wir eigentlich, wenn diejenige leere. Trotzdem auf, goodnacht. Hallo. 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 Ja. Schon ein Trottel, ne? Bitte löst. Schlimm. Willkommen zurück. Du klingst behindert. Ja? Danke. Nein, ich mein, irgendwie. Du hast irgendwas. Immer diese Höflichkeitsformalitäten. Ach, wir brauchen so was noch heutzutage. Ach, doch eh kein Sau mehr drauf. Naja, ich war ja auch beschäftigt. Wo wir wieder beim alten Thema wären. Ja, das war heute. Ja, hallo, ich bin da. Ja. Warte, beleid. Ne, weil ich wurde die ganze Zeit angeschrieben von jemandem und das hat mich halt genervt, weil die ganze Zeit links die Taskleiste dann an war. Das interessiert mich nett. Dich nett. Ich wollte überkehren. Ach, egal. Das interessiert auch die Zuschauer nett. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist jetzt nur, wenn wir sterben. Müt. Wer schreibt mich schon wieder um die Uhrzeit an? Das ist bestimmt unser YouTube-Partner. Wenn er nicht weiß, wer das ist, das ist das Random Stuff Duo, mit dem wir am Samstag noch was machen. Was aber gerade ziemlich unnötig ist zu erwähnen, da diese Folge euch ja nicht erst in sechs Wochen oder so in Erscheinung dreht. Ja, aber wenn das dann erscheinen wird, dann wird das, außer wir machen dazwischen noch ganz viel, auch relativ zeitnah zu dieser Folge jetzt sein. Wir könnten ja mal das Start-Up-Turm sagen und die Uhrzeit. Auf jeden Fall soll jeder wissen, Random Stuff Duo, unser Partner. Momentan. Kann sich alles noch ändern. Vor allem bei dem Personal, das die da irgendwie beschäftigen. Ist das echt nicht so so die tolle Truppe. Oh, dich angeln ist auch alle. Ach, nee, das ist unser Special Ghasts. Echt? Ja, aber steckt mir... Oh, fuck. Steckt mir eh nicht, dass wir so lang noch drin bleiben. Wer ist denn jetzt alles eigentlich wieder in Skype? Ich. Ich. Okay, gut, finde ich... ich, 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 ich... Hauptsache, jeder weiß, wer damit gemeint ist. Ja, sollen wir Pokémon-mäßig... Pokémon! Okay, damit habe ich die Antwort. Antwort! Die Antwort. Crazy Panda Bear. Also wir hätten jetzt zumindest genug Wolle für uns, äh, betten, um ein dazugehöriges Zimmer zu bauen. Ja, einer von euch kann die Zimmer bauen. Ja, oben, denn. Über den Tieren, würde ich sagen. Vom Partzimmer in Rien. Das ist mir das Dachgeschoss von der Scheune. Über den Tieren. Ja, einfach mal provisorisch, oder? Das Ganze. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, oder was? Nein, die Matratze in Anzahl. So, das kann jetzt sein, dass ich einfach wieder verreißen muss. Sehr geil, aber irgendwie wollen keine... Naja, Katzen zu mir. Ähm, übrigens, wie, was hat, äh, was für Zeug hat der Max eigentlich noch, als der Tiere? Ja, der scheint ja gleich wieder, hat er gemeint. Ein bisschen Eisen, Erz und Kohle. Was, der kommt? Ja, ey, wir müssten die... Kurze, tauscht mal die Kühe und die, äh, Hühner um. Was? Ich hab das Zeug wieder. Was? Ich hab's, Leute. Ich hab... Ich kann eine Angel bauen. Ich hab meine ganzen Diamanten. Nein, Creeper. Nein. Nein. Das ist okay. Die Schöster. Du bist... Du bist... Es ist gerade Let's Play, ja? Das ist also, wer nicht weiß, wer das ist. Das ist unser stummer Zuhörer. Entschuldigung. 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 Das ist ein Assi-Stum. Der, woher kommt und zu pusten. Das ist ein Assi-Stum. Jetzt kommt hier rein und kollert sich einen ab. Oh Gott. Ja. Herrlich. Tja. 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 Ja, natürlich. Das wird alles zerschnitten und in Häppchen rausgebracht. Okay, ich bin da wieder weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Grüß noch mal ein paar Leute. Mach dich auf den Weg. Hallo Oma. Ich möchte dich grüßen. Wenn es deine Oma sieht, dann will ich deine Oma kennenlernen. Ich grüße ganz herzlich meine Oma. Ist das geil. Wo sollen die Hühner hin? Nachteilig. Na, ich werde einfach da rein. Die so schön geprickelt hat in meinem Bauchnamen. So praktisch, du brauchst einfach ein Huhn. Dann hast du irgendwann viele Hühner. Hat das System verstanden? Das ist hau cool. Tag oder Nacht? Dunkelste Tag. Das bedeutet Nacht? Ah, ne. Na, ok. Ich hab's geschafft. Oh, ich komm jetzt zurück und bring die Diamanten. Tatadadaa. 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 Wenn ich jetzt noch sterb, ey. dann muss ich immerhin nirgends mehr eingraben um an deine Kämmer zu kommen nein Enderman nö einmal nicht angucken sie dir deinen Kürbis an nein mein Kürbis ist verbrannt das ist mir jetzt aufgefallen das ist das Allerschlimmste wer schreibt denn schon wieder? Karl Orff ja das ist wahrscheinlich diejenige Person die gerade drin war Karl Orff der wird's gewesen sein live and in person Karl Orff der sonst der sonst sollte in eine Konferenz während dem Minecraft Let's Play kommen als Karl Orff stimmt konnte ich das nur vergessen ja wir müssten jetzt mal irgendwie ich gucke mal ganz kurz ja das würde mich gerade interessieren weil der Name kam mir gerade zu spontan oh war doch irgendwas mit Musik oder? ich glaube schon Leute könnte mir einer helfen diese äh mach's selbst ey nein die Kühe um zu lagern nein äh vergiss es ich geh nicht mehr an die scheiß Kühe ah ah äh mir ist das scheiß egal ah sollen die Kühe machen was sie wollen ah da gibt's du hast schon immer ein Fick